Willst du dein Glück auf der Strecke versuchen? Ja gut, dann machen wir jetzt halt die Raketenrallye. Machen wir halt die Raketenrallye. Warum sag ich das? Das ist falsch mit mir. Die haben alle so coole Karre und ich hab hier diese rostige Scheißmühle. Hahaha, meins. Scheiße, keine Ahnung, wo ich hin muss. Ja, ich war richtig. Hahaha, verdammt. Das ist meiner. Das ist auch meiner. Und das ist auch meiner. Den da hinten krieg ich dann wohl nicht, aber den krieg ich. Autsch. Eigentlich will ich gerade nur überleben. Ja. Hey, wieso hält der so viel aus? Hält er nicht. Huch, wo bin ich denn gar gerade hängen geblieben? Hört doch auf. Oh, aber der gehört mir. Bam. Hör auf. Verflucht. Ah, gut. Den letzten Punkt habe ich mir gerade gedacht, den könnte ich mir doch auch durch eine Zerstörung holen. Aber die Strecke ist besser. Bei mir laufen den ganzen Tag Rennen. Es hat gerade richtig Spaß gemacht, weil die Strecke nicht so nervig ist. Viel Glück. So, Raketenrennen mit dem Caprino. Schauen wir doch mal, was das kann. Oh, das wird jetzt richtig hässlich. Ich will echt nicht so dreckig lachen, aber mir bleibt fast nichts anderes übrig bei so einer Explosion. Oh. Der kommt ja fast nicht mehr auf den Boden. Wie habe ich denn die jetzt abgeschüttelt? Boah, hat der einen Wendekreis. Na super. Das Gute ist, ich schnapp den alle Raketen weg. Das heißt, früher oder später... Ach, na toll. Schade, dass man sich hier keine Wiederholung angucken kann. Ich würde mir gerne das angucken, was da am Anfang passiert ist. Nein! Ah, ich glaube, das ist unser Sieg gewesen, der da gerade in die Luft gegangen ist. Hupsa. Komm. Oh, Mann. Bitter. Wirklich bitter. Der eine Unfall, der war nicht notwendig. Willst du dein Glück auf der Strecke versuchen? Dann machen wir noch die eine Raketenrelle. Bevor wir dann irgendwas anderes machen, begeben wir uns erstmal wieder in irgendeine Mission. Mit einer Waffe in der Hand statt einem Lenkrad. Oh Gott, das ist ja eine Relle. Scheiße, ich habe es nicht mitgekriegt. Geh'n schauen wir mal, ob das diesmal auch gut wird. Hahaha. Ich muss aufhören mit der dreckigen Lache. Oh. Kann das sein, dass das nur so eine kleine Arena ist? Ah, nee, ist es nicht. Kommt her, meine Freunde. Ich will mit euch spielen. Oh, shit. Ich dachte, der wäre hier hinten irgendwo. Ich bin die Strecke nicht genug. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ah, hier nicht. Ja, die müssten jetzt hierher kommen, oder? Scheiße, aber über die andere Richtung. Mist. Puh. Ich bin die Strecke nicht genug. Also. Ich bin die Strecke nicht genug. Beide ich nicht um einen teten Turnier. Ich bin von ihnen. Okay, ein Abschuss noch, dann haben wir es. Ein Abschuss. Mist. Shit, ich weiß nicht, wo ich lang muss. Wer muss denn da unten lang oder so? Was? Wofür? Wofür? Wie habe ich das gerade gemacht? Also ehrlich jetzt. Gut, dann bin ich auch gerade mal überlegen, wie lange nehme ich denn jetzt schon auf? Ist es schon eine ganze Stunde? Sag mal Friday. Schon eine Stunde? Nicht? Nee, dann machen wir die Distille noch. Ich würde sagen, wir fahren jetzt zur Distille. Und dann mache ich eine Aufnahmepause. Äh, eigentlich muss ich doch gar nicht da lang. Eigentlich will ich doch... Äh... Wie kann ich denn hier... Ah, da. Äh, verlassen. Äh, ich muss gar nicht weiter weg. Äh, ich muss gar nicht weiter weg. Ich raff's gerade nicht. Ach, da oben ist eine Höhle. Ah. Scheiß, bedrohliche Musik. Wow. Nicht schlecht. Und eine neue Sammelkarte. Traumhaft. Ah, das ist dann wohl die Distille. Ja, sollen wir jetzt echt schon eine Aufnahmepause machen? Nee, komm, die machen wir jetzt. Die machen wir jetzt, dann machen wir doch nicht lang rum. Trinken nur noch mal einen Schluck Tee. Und dann geht's weiter. Ich speichere hier aber mal kurz. Will die ganzen Rennen nicht noch mal fahren müssen, falls er das jetzt nicht automatisch gespeichert hat. So. Bücher, Bücher. Oh. Billige Schuhe. Was? Wir haben einen. Oh, wir haben einen. Und noch einen Farbtopf. Und noch mehr Zeug. Das ist ja Wahnsinn. So spendabel waren sie. Im ersten Teil nicht. Warum um alles in der Welt wurde gerade mein Defi aufgeladen? will mich das Spiel damit auf irgendwas vorbereiten. Wow. Sag mal. Bisschen wir da auch runter, oder was? Das heißt wohl Ja. Na gut. Und. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020